Easy Apotheke Immer wieder Fragen stellen. Meine Mama ist zum Beispiel immer bis heute einfach die Person, die man alles fragen kann. Die ist wirklich so ein Oktopus, die ist überall halt einfach auch dabei. Auch durchs Telefon kann sie einem alles wunderbar erklären. Und mein Papa, der ist viel im Handverkauf. Der mag ja das wahnsinnig gerne mit den Leuten auch zu kommunizieren. Das Apotheker-Ehepaar Huber begann vor über 40 Jahren mit ihrer ersten Apotheke in Wienhöring ihr Lebenswerk. Seitdem haben die Hubers mit viel Engagement, Herzblut und Fachwissen ihre Apotheken kontinuierlich weiterentwickelt und zu Anlaufstellen für Gesundheitsfragen in der Region gemacht. Genau, also das Thema Haut, das ist so ein Thema, was mich speziell auch immer sehr interessiert. Das hat sich halt auch so herauskristallisiert im Laufe der letzten Jahre. Es ist ein ganz großes Thema auch geworden. Das haben wir jetzt auch in den Corona-Zeiten wieder sehr stark auch gesehen. Und deswegen habe ich gesagt, ich bin da immer sehr dahinter und bilde mich fort und schaue halt einfach auch immer, höre auch dementsprechend die anderen Gespräche immer mal wieder auch mit von den anderen Kollegen und so, was halt so gefragt ist bei den Kunden, was die Kunden halt auch wissen wollen. Die Easy Apotheke in Neuötting hat sich in den vergangenen zehn Jahren als verlässlicher Partner für die Gesundheitsversorgung etabliert. Mit einem breiten Sortiment an Arzneimitteln, Gesundheitsprodukten und kompetenter Beratung steht das Team der Apotheke den Kunden zur Seite. Es ist halt einfach so ein offenes Konzept. Das ist diese Vielfalt an Produkten, die wir halt da präsentieren können und auch diese Lieferfähigkeit, dass wir einfach die Kunden dann auch beliefern können. Das ist einfach, es ist wirklich ein total schöner Arbeitsplatz, wo ich wirklich auch selber alles machen kann, was ich halt für den Kunden halt so brauche, wo ich einfach wirklich was habe, Werkzeug, sage ich jetzt mal ganz einfach, um den Kunden halt gut beraten zu können, egal wer vor mir steht halt. Die Apothekerfamilie Huber hat mit ihrem Einsatz und ihrer Fachkompetenz über die Jahre hinweg eine wichtige Rolle in der Gesundheitsversorgung der Region eingenommen. Dies wird mit den treuen Kundschaften seit zehn Jahren belohnt. Aktuelle Angebote und Informationen rund um den Heimservice finden Sie auf der Homepage der Easy Apotheke Neuötting und in den sozialen Medien. Liebe Kundschaft, seit zehn Jahren sind wir in Neuötting mit unserer Easy Apotheke Neuötting. Wir freuen uns, dass Sie sich so wohl bei uns fühlen und sagen einfach jetzt hiermit herzlich Dankeschön. Zehn Jahre Jubiläum Easy Apotheke in Neuötting.